Leute, ich bin derbe aufgeregt. Also um 17 Uhr gibt es meine Handynummer und ich warte auf eure Anrufe. Leute, wie ihr hört, ihr zerfickt mein Handy komplett. Ich versuche wirklich allen zu antworten. Ich habe auch irgendwie echt versucht oder ich habe gedacht, ich könnte irgendwie eine WhatsApp-Gruppe machen mit euch oder so. Aber ey, oh mein Gott, ihr hört einfach, was hier im Hintergrund abgeht. Das ist zu krass. Ich versuche noch so viel, wie es geht, zu antworten. Ich bin auf jeden Fall immer noch am Nachrichten beantworten und ihr schreibt einfach die ganze Zeit weiter. Es hört einfach zu 0,0% auf. Ihr seid die Krassesten. Und ihr schreibt mir alle, ja, macht doch eine WhatsApp-Gruppe. Aber ich kann keine WhatsApp-Gruppe mit keine Ahnung, wie viele Tausende von Menschen das jetzt sind machen. Es tut mir so leid. Nochmal ein ganz kurzer Hinweis, weil ich gerade in meinen Kommentaren darauf hingewiesen wurde. Leute, falls ihr nicht rechtzeitig wart, keine Ahnung, ist nicht so schlimm. Es wird die Aktion bestimmt noch mehr geben. Aber schickt bitte niemandem von euch irgendwelche Bilder oder so, nur weil er sagt, ihr bekommt dann meine Nummer. Also seid nicht traurig, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Beim nächsten Mal habt ihr bestimmt mehr Glück. So Leute, ich werde jetzt einfach mal live auf Insta gehen und dann live Nachrichten beantworten, mit euch telefonieren und so weiter. Leute, tut mir voll leid, aber WhatsApp ist echt irgendwie tot für heute. Ich werde aber auf jeden Fall morgen noch versuchen, einigen von euch zu antworten. Ich werde jetzt auf jeden Fall auch gleich mal versuchen, schlafen zu gehen. Und dann, wie gesagt, freue ich mich, wenn ihr mir morgen wieder ganz fleißig schreibt. Ich werde jetzt auf jeden Fall gehen. Ich werde jetzt auf jeden Fall gehen. Ich werde jetzt auf jeden Fall gehen. Ich werde jetzt auf jeden Fall gehen.